Musik Ja, herzlich willkommen zum ersten Videopodcast der Outdoor-Seite. Der junge Mann da im Schnee, das bin ich, Axel Jansen. Ich betreibe seit 2008 unter www.outdoor-seite.de ein privates Web-Blog mit nahezu allen Themen rund um Outdoor-Aktivitäten und habe mir gedacht, ich versuche mich jetzt mal an einem Podcast und schaue mal, was daraus wird. In unserer ersten Folge wollen wir euch den MSR Lightning Axis 30 vorstellen. Das ist der hier. Und genau den habe ich ja an den Füßen. Und damit ging es also heute Nachmittag ein bisschen durch den Wald, um mal zu testen, wie der Schuh sich so anfühlt. Ich muss sagen, für Schneeschuh-Anfänger ist natürlich das Anlegen von so einem Schneeschuh schon mal eine Herausforderung. Gerade bei so einer Speedlock-Bindung, die der MSR Lightning Axis 30 hat. Aber hat man das gute Teil dann erstmal angelegt, ist man, also ich zumindest, war ziemlich überrascht von der Griffigkeit des Schuhs. Also man konnte durchweg jedes Gelände laufen. Wie hier zu sehen halt auch echt super guten Hang hoch, was mit normalen Schuhen bei der Witterung echt, glaube ich, nicht drin gewesen wäre. Und dazu tragen natürlich auch die beiden Krallen am Vorderfuß bei, die sich also quasi in jeden Untergrund graben und so sicheren Halt gewährleisten. Und da wir ja auch alle nicht perfekt sind, wartet der MSR Lightning Axis 30 noch mit einer Besonderheit auf. Da er ja ein Schuh der gehobenen Preiskategorie ist, hat er eine um 22 Grad verstellbare Bindung. Womit auch die Leute mit schrägem Gang oder mit einer Fehlhaltung voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Das heißt quasi, dass ein natürlicher Schiefgang der Füße so reguliert werden kann auf beiden Seiten. Nun will ich euch aber im ersten Podcast hier von outdoorseite.de nicht zu viel verraten. Einen ausführlichen Testbericht der MSR Lightning Axis 30 gibt es auf www.outdoorseite.de Und ich hoffe, wir sehen uns hier an selber Stelle bald wieder. Bis dann, macht's gut und denkt dran, Hauptsache draußen.